ja es ist mal wieder zeit für unseren jahresbericht wir haben uns mal ein neues programm angeschaut wie wir design es ein bisschen günstiger als das indesign wir schauen uns einfach mal an wie man mit dem arbeiten können es ist im prinzip das gleiche manche sachen sind ein bisschen versteckt und ja ich gehe jetzt mal das schritt für schritt durch mit dem format von unserem jahresbericht wie wir das hier schritt für schritt aufbauen können was gut ist hier nachrichten wie wir senden ist eine gute funktion die antworten auch immer schnell und von daher hat man guten support bei indesign sieht ein bisschen anders aus aber da gibt es halt auch entsprechende foren mit einer großen community wo man immer jemand findet immer fragen kann so wir klicken hier auf neues dokument das sind noch voreinstellungen von vorher hier steht zum beispiel also standardmäßig sieht es so aus dina 4 mir stellen es um eigene maße wir haben ein rechteckiges quadratisches format das heißt wir haben hier 21 mal 21 dann orientierung hoch doppelseiten des passt links rechts dann wollen wir hier auf alle fälle diese fangfunktion aktivieren dass die objekte am raster ausgerichtet werden dann diese spalten die können wir auch auf drei lassen das heißt wenn wir hier standard text seiten haben wo der text 3 spaltig ist dann braucht man hier nur entsprechend füllen der text verteilt sich hier automatisch wenn man den text natürlich anders verteilen möchte dann muss man hier ein extra textfeld aufziehen wichtig ist noch der abstand 3 mm zu den einzelnen spalten wenn hier nämlich nur 0 mm stehen würde dann würde hier der text ziemlich nah an anderen kommen also machen wir hier noch mal ein bisschen abstand rein so die anschnitte sind wichtig für die druckerei es geht ja nicht nur darum hier die seite entsprechend zu gestalten sondern hier auch vermeiden dass es dann blitzränder gibt was blitzränder sind habe ich schon in einem anderen video erklärt also wenn man hier am bogen entlang schneidet dann kann man nicht immer sicher gehen dass das schneidemesser genau an dem bild entlang schneidet das hier dann vielleicht in der ecke ist sondern dass man das bild halt ein bisschen überstehen lassen muss und dann das messer praktisch hier eine toleranz hat wo es dann abschneidet letztendlich seitenanzahl das können wir vorerst mal lassen das können wir nachher variieren kopf und fußzahle aktivieren ist vielleicht noch wichtig und hier brauchen wir nicht weiter was einstellen dann sagen wir ok und dann haben wir schon mal das erste dokument hier bei den seiten sieht man hier ist es aufgebaut vorne die alias seiten das sind ja praktisch die format vorlagen und hier dann die einzelnen seiten wie sie dann später sichtbar sind wagst du weg 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 weg